So, das wird ein Bereich Video. Das hier ist Bubbles, unser Kork-Spezialist und jetzt mein Handy-Spezialist. Und hier im Hintergrund ist der Kork, den die Bubbles übrig gelassen hat. Komm mal runter vom Handy. Und hier unten, das geschreddert, das dunkelbraune, alles Kork. Hinten sind sogar die ganzen Bruchstücke runtergefallen. Der Kork war so dick, der ging bis oben an die Schnur. In gerade mal einer Woche hat er das geschafft. Also hart arbeitender Wellensittich, würde ich sagen. Fleißiger als so mancher Mitarbeiter.